Ich soll das ableiten und die Ableitung 0 setzen, im nächsten dann mit Max zu finden, ist klassische Geschichte. Ich habe hier ein Produkt, deswegen die Produktregel mit U und V. U-Strich, wenn ich X ableite, bekomme ich 1, V-Strich. Ein bisschen komplexer. E hoch irgend so ein Zeug ist immer E hoch, dieses gelbe Zeug, mal nachdifferenziert. Jetzt muss ich wissen, was ist 1 durch X² abgeleitet. Da schreibe ich das als X hoch minus 2 und dann leite ich es ab. Knatz minus Zahn mache ich da nicht, das ist irgendwie zu umständlich. Das gibt eben minus 2 X hoch minus 3, also das ist das nachdifferenzierte, das was hier da so rein muss. Minus 2 X hoch minus 3. Okay, das ist eben die Ableitung von diesem 1 durch. Und jetzt kann ich die ganze Produktregel hinschreiben. F von X gleich. Ich habe hier da U, V-Strich und dann U, U-Strich V und Plus und Mal und Mal und weiter geht. Also ich habe X und jetzt hier die, naja, schon schwarz, also X und jetzt das abgeleitet. E hoch 1 durch X² mal minus 2 mal X hoch minus 3. Plus jetzt da 1 mal E hoch 1 durch X². Und eigentlich ist das schon die Ableitung, aber wenn ich die Null setzen möchte, dann ist es ziemlich hässlich, das Ganze. Und deswegen möchte ich es noch ein bisschen schöner machen. Und zwar, also diesen Teil, da kann ich jetzt mal 3 mal 4 ist 4 mal 3. Also ich kann das hin und her schieben. Und dann mache ich hier E hoch 1 durch X². Und dann minus, X hoch minus 3 ist ja, so, 1 durch, und dann das oben das X und da kürzt sich jetzt was weg. Den 1 hier, den brauche ich nicht. Ich mache es mal ein bisschen stehen lassen, so ein bisschen langsam, 1 durch X². So, was habe ich jetzt? Minus, ja, minus 2 durch X². So, plus E hoch 1 durch X². Das ist die Ableitung, F' von X. Und ein Schritt ist bei diesem Aufgabentyp, der kommt immer vor, Standard ständig ausklammern. Also bevor ich es 0 setzen kann, das Zeug hier ausklammern. E hoch 1 durch X² mal minus 2 durch X plus 1. Ja, das ist die Ableitung ausgeklammert, weil wenn ich die 0 setze, habe ich eine Chance. Hier ist es mal. Ich habe ein Produkt. Ein Produkt ist 0, wenn einer der Faktoren 0 ist. Entweder dieses, der blaue Faktor oder der gelbe Faktor. Den kann ich getrennt machen. Wenn 1 0 ist, ist alles 0. E hoch irgendwas ist nie 0. Ja, nie, nie, 0. Also schon mal kein Thema. Aber die Klammer kann 0 sein. Also, dann mache ich so eine Nebenrechnung. Nebenrechnung, die Klammer, schön 0 setzen. War das nicht Quadrat? Ja, da war ein Quadrat. Hier sofort. Minus 2 durch X² plus 1 gleich 0. So. Plus dann 1 gleich 2 durch X2 durch X² und mal X². X² gleich 2. Und dann kommt raus, wenn ich die Wurzel ausnehme, X ist Wurzel 2 plus Minus nicht vergessen. Und an der Stelle, an zwei Stellen sogar, an zwei Stellen hat die Funktion entweder Min oder Max oder Terrasse. Und an der Stelle könnte man jetzt weitermachen, Monotonie-Tabelle machen oder eine Skizze machen und so weiter und so weiter. Ist aber gerade nicht, machen wir gerade nicht. So. Vielen Dank.